Oh. Sag mal, das macht er jetzt aber nicht unendlich lang, oder? Oh oh. Scheiße. Fuck, wie halte ich denn das auf? Kann ich das überhaupt aufhalten? Oh oh. Zück dein Schwert, Prinz. Okay. Okay. Ich hab ne Idee, wie ich ihn kriegen könnte. Ich hab ne Idee. Ich hab's mir schon gedacht. Ich mach's nochmal. Ich hab's mir schon gedacht. Ich muss da rauf rein mit dem Wall-Run. Und dann hab ich ne Stealth-Sequenz. Ganz genau, Katerbach. Genau. Wir haben deshalb bei der Verstehste Gedankenübertragung. Perfekt. Säulen hochrennen und dann kam so ne Stealth-Phase. Und dann muss ich wahrscheinlich wieder die richtige Taste im Richtung Moment drücken. Also halt Quick-Time-Event. Und dann geht das. Ja, aber das hat mir hier viel zu viel Zeit gekostet. Und ich hab auch viel zu viel Schaden schon genommen in der ersten Phase. Jetzt weiß ich den Boss ein bisschen besser. Habt ihr gerade seinen Kopf da gesehen? Ich weiß ja jetzt zum Beispiel, wann ich mich rollen muss, wenn er auf mich zukommt. Das hab ich gerade eben die ganze Zeit falsch gemacht. Von dem her geht's schon. Oh, hier muss ich mich gleich rollen, sobald er das macht. Wie angenehm so ein Spiel ist, wenn man keine Ausdauer hat, wie in Dark Souls. So, ich muss mich sofort bewegen, sobald er das macht. Komm her. Wow, das hat er vorher noch nicht gemacht, so. Und er lässt sich scheinbar kurz dann zumindest. Zumindest, das ist auch okay. Ach, verdammt. Das war unnötig, aber egal. Einen Hit kann man jetzt mal überleben. Ihr bezahlt für den Frevel, den ihr an meinem Volk begingt. Es geht Ihnen nie besser. Ihr schuldet mir dank. Sie fressen ein Dasein zwischen Monstern im Dienste eines Wahnsinnigen. Der Preis des Fortschritts. Was ist das? Was ist das? Mann, ich drück immer... ...falschen Zeitpunkt. Komm schon. Fuck. Mann, das funktioniert nicht so, wie ich will. Jetzt endlich. Oh, ein Flügel ist kaputt. Hübsch. Ah, jetzt hast du aber Glück gehabt. Fuck, den habe ich nicht kommen sehen. Ja, der Prinz hat Johnny Depp, Christian Bale. Synchronstimme. Och, Mann. Mann. Zum ersten Mal ist es ziemlich gemein. So. Flügel. Okay, komm schon. Oh. Yes. So, nun. Hey, ich habe kaum noch Energie. Ich gehe davon aus, ich muss jetzt erstmal irgendwie hoch. Ah. Wahrscheinlich fangen wir damit an. Aber immerhin, wir sind schon mal in Phase 3. Oh, come on. Echt jetzt? Oh, das kostet mich ja viel zu viel Energie. Vielleicht brauche ich ja Pharah. Nein. Nein. Oh, scheiße. Ich darf hier keinen Fehler machen. Soll ich Pharah befreien? Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Wir befreien Pharah nicht. Was scheiße ist, weil mich das einen weiteren Rewind gekostet hat. Das sind Sachen, die kannst du halt im ersten Try nicht wissen. Oh. Echt jetzt mittendrin? Warte, ich habe den selben Fehler nochmal gemacht. Ich habe jetzt schon keinen Rewind mehr. Ich müsste den Rest des Kampfes, ohne ihn zu kennen, fehlerfrei machen. Das, ähm... Wird in dem Versuch wohl nichts mehr werden. So leid mir das tut. Ist aber auch heavy. Was... Wo du da hin musst? Wo ist der Typ? Nein. Das war falsch. Da hätte ich nicht lang dürfen. Okay. Jetzt sind wir nochmal schlauer geworden. Jetzt machen wir es richtig. Ach. Ja, wir haben zu überhastet reagiert gerade. Weil an sich ist der Kampf tatsächlich recht leicht. Weil man weiß, was er macht. Eigentlich kann ich sogar noch diverse Attacken sogar blocken. Zum Beispiel, wenn ich da immer gleich rangehe. Ja. Funktioniert aber auch nicht immer. Ach komm, echt? Ja. Ich muss nur wissen, in welche Richtung er geht. Dann kann ich ihn snacken. Wie er mich erwischt. Mitten in der Rolle. Woh! Ihr bezahlt für den Freyvel, den ihr an meinem Volk begingt. Freyvel? Es ging Ihnen nie besser. Ihr schuldet mir Dank. Sie frissen ein Dasein zwischen Monstern. Im Dienste eines Wahnsinnigen. Der Preis des Fortschritts. Hups! Oh, jetzt habe ich in Jack geguckt und gar nicht gerafft, was hier eigentlich läuft. Sorry. Den einen Hit verkraften wir jetzt mal. Nein! Okay, warte, warte, warte. Den Fehler will ich aber jetzt verändern. Das war nämlich doof. Oh, ich habe jetzt gleich nochmal ordentlich Respekt vor der Phase, wo ich da ganz hoch rennen muss. Ach komm, hast du jetzt aber Glück gehabt, ey. Okay, jetzt habe ich dich. So, jetzt die ganzen Pew Pews am Anfang mal verhindern und dann haben wir auch ein Problem weniger. Was? Oh, come on. Die Kamera macht es... Die Kamera macht es hier gerade nicht einfacher. Oh, Mann. Echt jetzt? Der trifft mich sogar von der anderen Seite? Wow, das ist frustrierend. Also, du musst alles in einem Wisch machen, weil er ansonsten dich immer wieder catcht. Ergo, du musst ständig in Bewegung bleiben. Jetzt habe ich einen großen Vorteil. Ich weiß zum Beispiel, dass ich Pharah nicht rette. Ich kann einfach weiter. Und ich lasse mir hier ein bisschen Zeit. Okay, diesmal erwischte er mich hier nicht. Ich muss schnell rüber. Okay, es ist nicht ganz so schlimm. Am besten immer direkt weiter. So, wo war es jetzt? Hier hoch. Ich habe nur Angst vor der Stelle, wo ich gerade gestorben bin, weil ich nicht wusste, wo ich lang muss. Mann, gut. Jetzt habe ich Rewinds, aber trotzdem... Wenn ich nicht genügend Zeit habe, habe ich nicht genügend Zeit. Einfach mal kurz stillhalten. Ich glaube, das ist die letzte Lösung. Und jetzt... Boom! Feierabend! Wie geil! Wie episch! Ha! Bis zur nächsten Mal. Ah! Yeah! Ah! 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 Diese Welt war nicht für mich bestimmt, aber es gibt andere. Ich werde meinen Platz finden, wie ihr den euren fandet.